spontanen bewerbungsgespräch bei der polizei so damit ich nicht so stinkt nach alkohol brauche ich noch einen also ich habe wirklich es ist ungelogen ich habe nichts vorbereitet in irgendeiner form bewerbung sonst was quatsch gar nichts 0 ich hatte keine ahnung dass es ist dass der punkt ist dass ich jetzt einfach absolut improvisieren werde spontaner geht es nicht der einzige positive aspekt ist dass ich die ausbilderinnen kennen aber ja ich bin sehr gespannt alle fragen werden spontan beantwortet ich kenne keine antwort wenn ich weiß auch nicht was jetzt gefragt wird anzugträger so so pünktlich auf die minute ja schön ich bin gleich bei ihnen ja ja okay sind wir wieder beim sie ja danke dir 3f hallo guten abend schön guten abend wie war ihr name fachmann schön guten abend herr paffmann decker decker richtig decker hat kommen sie aus deutschland wenn ich froh darf tatsächlich nein K-L-E 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 Wartet K-L-E Scheiße Mein Vater kam aus Deutschland Ok Da war dann in Amerika gelebt, hier bin ich geboren und aufgewachsen K-L-E K-L-E Das sieht doch interessant Wie nehm ich einen aus Deutschland? Ja ja, freidisch Hallo Hallo Moin Decker Kann ich hier einen Herr nennen helfen? Ja, der riecht durch oder was? Ja Alles fehlt? Wir sind beide hier Ich warte an Multifahne, gell? Ja Nein Nein Das gibt's doch nicht Das gibt es doch nicht Wisst ihr wer das ist? Das ist der Typ Der gerade Das ist... Alter Alter bin ich geflasht Der war genauso geflasht wie ich grad glaub ich Alter Das war der Decker Anscheinend heißt der hier auch Decker Lass mich raten Der heißt Cole mit Vornamen Der hat als allerletztes in dem Video Wer das noch nicht gesehen hat, hier der totes Das ist Donald Pfaffmann Auf Alternate Die Perch Der hat äh Als letzter gesagt Der Die letzten Worte die Die An den Donald gerichtet worden sind Waren vom Von diesem Typen Und ich wusste gar nicht dass der hier auch ist Ich wusste das nicht Nein ist das gut Mit dem waren wir super gern auf Streife Mit dem Decker Decker und Decker Die Pfaff Doppelpfaffmann Doppeldecker Die Doppeldecker Streife Nein ist das geil Dass der hier auch Cop ist Das letzte was ich von ihm gehört hab Zu dem haben wir zum Beispiel Ich hab weder Einmal mit ihm im Teamspeak Noch Discord Oder sonst was irgendwie kommuniziert In irgendeiner Form Ähm Das ist das erste Mal das ich wieder was von ihm gehört hab Das letzte was ich gehört hab war Es war eine gute Zeit oder irgend so was hat er gesagt Weiß es nicht mehr Herr Pfaffmann Frau Plea Nee gar nicht War geht's mir Doch Blair War richtig Ja Ach Gott ist hier ein Gewusel ne So So das ist mein Kollege Herr Laken Freut mich Herr Laken Einen wunderschönen Ich werde ihnen jetzt ein paar Fragen stellen Gerne Und äh Danach werden wir entscheiden ob sie An der Akademie teilnehmen dürfen Oder nicht Ja 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 Erste Frage Warum wollen sie ins PD Wissen sie Zu helfen ne Das liegt mir einfach in Tief in mir Wenn ich so die Leute sehe Und ich sehe dass hier so viel Ungerechtigkeit ist Dass das ja Wie soll ich sagen Aber ich könnte mir vorstellen dass Ihr Unterstützung braucht Und ich Sehr gut in der Lage bin Das ähm Umzusetzen Ok Ähm Was haben sie bisher vorher gemacht Ich habe mich in verschiedenste Disziplinen Sag ich mal ausprobiert So Aber ähm Ja Also körperliche Arbeit Auf lange Zeit gesehen Fällt man Wenn es einseitig ist Fällt man schwer Und äh Der soziale Kontakt zu Menschen Ne Das äh Hat mir da auch gefehlt Zum Beispiel Bei dem Angler oder so Ne Auf hoher See Dementsprechend ähm Ja Und ansonsten Viel Zeit mit dem Bruder verbracht ne Das ist auch immer sehr wichtig In meiner Karriere ne Können wir direkt aufschreiben Mit dem Bruder Naja Naja So ähm Entschuldigung Tut mir echt leid So ähm Was bedeutet für Sie Gerechtigkeit Ach gut Jetzt wird es philosophisch ne Ähm Gerecht ist erstmal Was hier nach dem Gesetz geht Das ist halt erstmal der wichtigste Punkt Dass wir eine Grundlage haben Wo man sich überhaupt unterhalten kann Mit den Leuten Und äh Ja gewisse Regeln die man einsetzt Und ja Gerechtigkeit ist Dass man das halt auch nicht ausnutzt Als Exekutive zum Beispiel Um äh Sich selbst einen Vorteil zu verschaffen In irgendeiner Form Ähm Und ja Hier Irgendjemand zu bestehlen Oder sonst was Ich denke es gibt so gewisse Verhaltensregeln Die hat jeder Mensch Im Lauf seines Lebens gelernt Oder Die meisten kennen sie Ob sie es ein Ei halten Ist eine andere Sache Äh ja Und ich denke äh Wenn man das verletzt ne Dann ist es meistens ungerecht Okay Und was bedeutet für sie Recht? Ja Recht ist Wie ich schon auffangst gesagt hab Ne Mit den Gesetzen Das halt Ei zu halten Und sich äh Bewusst zu sein Was man machen darf Und was man nicht machen darf Und ja Noch dazu kommt halt Um ein gewisser Menschenverstand Manche Situationen speziell Ei zu ordnen Wenn jetzt jemand zum Beispiel Notfall hat Dass man da nicht Ja Ich sage mal mal Jetzt hier Ein Mann Fährt mit seiner schwangere Frau Ins Krankenhaus Weil die grad ne Es ist kurz davor Und es geht gleich los Und er überfährt Drei rote Ampeln Und äh Ja Überfährt noch fast ein Radfahrer Ne Aber ja Ist halt in dem Fall Ein sehr Oder eine andere Sache Nicht Die Frau ist nicht schwanger Sondern die Frau ist kurz vorm Verbluten Ne Dann ist es ein bisschen dramatischer Okay So Dann noch zwei Fragen Ja Loyalität Was bedeutet das für sie Ach das ist sehr gut Ne Da sind wir wieder beim Punkt Bruder Ne Dass man sich aufeinander verlassen kann Ach in gute und schlechte Zeiten Dass man als Team fungiert Und Ja Also Nicht unbedingt als Team Aber dass man halt Dem Wem auch immer Wenn man sich zugehörig fühlt Dass man halt denen Über Treu ist Bis ins glänzste Detail Ne Und nicht irgendwelche Ja Sache hin und rücks oder so Oder ja Okay Dann ähm Ich gebe Ihnen mal kurz ein Beispiel Ja Sie fahren Mit einem Streifenkollegen halt auf Streifen Ähm Ohm In Palais de Bay Hält hier Kuliga an Ähm Steigt aus Und äh Ist der Meinung Er will seine Pistole mal wieder ausprobieren Die hat er schon lange nicht mehr probiert Und schießt auf den Baum Was machen sie? Äh Ich weise ihn auf das Fehlverhalte hin Weil das kann man nicht bringen Ne Wenn du irgendwelche Leute in der Nähe rumrennen Oder sonst was Das ist vollkommen das Fehlverhalte hier Rum zu ballern Dafür gibt's äh Speziell Ja Net Wenn nicht hier der Schießstand Bei den Joggl da Die die Waffe da verkaufen Dann gibt die Polizei bestimmt da Ein eigener Schießstand Wo man das speziell machen kann Unter äh Sicherheitsvorkehrungen Und nicht hier einfach an einem Baum oder so Ach gut wenn du irgendein Vogel drin wohnt ne Und dann am Ende ne Oder eine Katz sitzt drin grad Hammer der Salat Okay Das heißt sie ermahnen ihn Ja der Punkt ist halt natürlich Je nachdem was er für einen Rang hat Das kommt auch nochmal dazu Wenn sie der Oberchefchef ist Dann werde ich nicht sagen Ich verpetze dich beim beim Nächsten ne Aber in dem Beispiel ne Streife Polizist Ich geh jetzt mal davon aus Dass wir gleichrangig sind Ja es ist eine schwierige Sache ne Also ich würd mich nochmal definitiv hier mit dem Polizeirecht do Wie das so aussieht Aber ich denk aus meiner Sicht ist das ein Fehlverhalten Und du musst dann drauf hingewiesen werden Dass er das nicht häufiger macht ne Weil wenn er dann mit anderen rumrennt Mit anderen Rekruten Die es nicht besser wissen Und die denken dann das ist so gang und gäbe Ne Mhm Also so würd ich es machen Sowohl als Streifen Polizist Als auch als Ich würd's ähm Im höherrangigen Officer meines Vertrauens Mit dem würd ich drüber quatschen Und würd sagen ne Geh mo hier Rett mo mit dem Äh das geht ja so nicht weiter ne Okay Gut Dann würden Sie ganz kurz nochmal draußen Platz nehmen Dann kommen wir nochmal auf Sie zu Und dann Ja freilich Alles klar Danke Da ist er der Decker Ich wollt eigentlich grad die äh Das Video nochmal abspielen Wo der Decker Wo man die letzten Worte hört Herr Pfaffmann Wurde Ihnen eigentlich schon geholfen Oder warum sind sie hier Ach ich hab äh Mein äh Mein Katz verloren Oh ihre Katze Ja ja freilich Gertrud ist sie Ist das ne Hauskatze die Gertrud Oder ist das so ne Britisch Kurzhaarkatze ist das So aus der Werbung ne Früher da Ich weiss nicht ob es das auch gibt J-Bar Ob es das auch in den USA gibt So So Katzenfutterkram ne Und die sahen immer so traumhaft aus ne Hab ich mal gedenkt Ich kauf mir auch so viel Okay Ja und jetzt ist es entlaufe ne Ist das nicht normal bei Katzen Lass die manchmal weggehen Ne 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 Quatsch Ich hab mich hier Ja das war so spontan Vorstellungsgespräch anscheinend ne Wie du nicht hier auffange zu liegen Ja Ja Herr Pfaffmann Ja bitte Oh jetzt gibts Asher Jetzt Aber so richtig Oh Gott Ich hol schon den Stock raus Oh ne nicht mit dem Zollstock Ja natürlich Ja mit dem Zollstock Genau ich wollt gucken wie groß die sind Ns 82 Sag ich jetzt nix falsches ne Ns 82 Ns 82 Ns 82 Achso Okay So Ja bitte Also wir haben jetzt ne schlechte Nachricht für sie Oh Gott Ja Die müssen ähm Noch einiges lernen Mhm Ist uns aufgefallen Aus diesem Grund müssen sie äh Jetzt Samstag und äh Auf Freitag nächste Woche Ab 17.45 Ähm Bei uns in der Akademie teilnehmen Damit sie äh Auch ausgebildet werden für den Polizeidienst Und am Sonntag halt hoffentlich dann auch die Prüfung bestehen Also ich lade sie rechtzeitig ein Nächste Woche ist es Freitag an unserer Akademie teilzunehmen Freitag und Samstag Ja das hält sich doch klar so oder? Super Das freet sich Die schlechte Nachricht ist halt dass sie keine Freizeit haben ne? Jo Wie Moment Moment wie gar gar keine Freizeit mehr? Nie wieder Und was mit den Stripclubs? Ne Auch das nicht Ich ne? Tabu Ach Ich kann machen was sie wollen in ihrer Freizeit Ja wollt grad sagen hier Aber diesen Freitag sind sie jetzt halt von 17.30 bis äh Ab 9 Also in einer Woche Genau in einer Woche Ach gut Also nächste Woche sozusagen um die Zeit sind sie in der Akademie Ja Hält sich doch klasse Äh und ähm Bruder äh sag ich einfach der soll sich dann äh bei ihnen melde Sind wir immer noch beim sie? Wir sind grad hier im Dienstlichen da sind wir beim sie Alle unananderer sagen sie zunander Ja Nein aber wir sind jetzt äh Sie haben grad keine Uniformen Alle hopp Sie sind für mich jetzt ein Zivilist Ich werde sie jetzt sitzen Zumal wir uns übrigens gefühlt 200 Wochen nicht gesehen haben Ich hab mir gar nichts gesagt Sehen sie Sehen sie Sehen sie Jetzt geht's aber los Ja 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 Nicht mal ne Nachricht Nö Oh ach gut ach gut Ach so sieht das aus Nein da muss ich nochmal einhaken ähm Gewonnen Die kommen am Freitag nicht Oh Ich werde unverlässig zu sein ohne Meldung Und ähm Nein alles gut Ja ich hab noch Frore Darf ich die noch stellen oder Achso Dann lass dich überraschen Ne erzähl Ja Wie sieht das hier aus Von der mit der Struktur hier ne Die äh Akademie das ist dann Wie kann ich mir das vorstellen Das sind dann ein Hauf Recruit oder wie Genau Und wer macht das? Sie Sie Aha sehr gut Und wer noch? Sind sie A dabei Herr Lark? Larken Larken Entschuldigung Wie Bettlarken Genau Wie Bettlarken Also nicht Nicht wie Bettlarken sondern Larken Mit R oder? Aber ja richtig Sie sind alle bei A Doppel A Das wird doch das wird spart Moment wo kommen sie her? Aus Schweden? Nein Nein Ähm Also der Name Der Nachname Der Nachname ist aus Holland Aber das sind die Ur 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 Ja Man kann sich den Namen nicht aussuchen Ja da haben sie recht Oh Prost Ach gut Ach gut Wo kommen sie denn her? Ich komme aus der Pfalz ne Aus Deutschland Ein paar Stunden mit dem Flieger fort ne Ein paar Stunden ist gut Ja 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 Da hockt man erst mal drin Aber gut mit den ganzen Die Flieger heutzutag Aber ja ich will euch nicht hier von der Erwin Abhalter Gell? Okay äh 17 Uhr 30 hast du gesagt Naja 17 und 45 reicht auch Aber Wer ist äh Ja äh Lieber komme ich ein bisschen zu früh Weil ja Genau Deswegen sag ich ja 17 und 45 war eigentlich geht es um 18 Uhr los Okay okay Und wer ist noch mit von der Party? Das werden sie dann sehen Ah gut Ja ja wird wieder hier Spannend spannend Okay alles klar Ja machen sie es gut Ja Wollen sie äh Motivation mit Disziplin Also bitte Ich bin diszipliniert Schalten sie ihr Handy vorher aus Ja ja mich ruft ihr keine Ahnung Macht kein Problem Ja verständlicherweise Das äh Ja ja das hört sich auch wie hier ein bisschen verbittert ne Sanni Habe ich mittlerweile ein Freund Haben sie mittlerweile eine Bekanntschaft Mein Freund Ah ja okay Gut alles klar Mannschaften habe ich genug Ja ja Ich will ja gar nicht hier Genau Ich kenne die ganze Stadt glaube ich Okay Nein es war Spaß So ich wünsche ihnen noch einen schönen Abend ne Allerhaupt Macht gut ihr beide Tschüss 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 Tunald ist so ein schlimmer Lügner So ein schlimmer Lügner So ein schlimmer Lügner Ähm ja soll ich vielleicht nochmal ein Bruder in SMS schreiben Wir sehen uns das treffen Tschüss います iós Ja, brauchen wir einen Shop aus? Diego, hey, na? Ja, wir haben noch eine Woche Zeit, Freunde, bis Freitag, können wir uns nicht erwischen lassen, wir haben uns bis jetzt nie erwischen lassen. Ach, da bist ihr auch, die Mary ist auch da. Das Schöne ist, ich möchte nur mal kurz feststellen, dass man als Polizist sich bewerben kann, wenn man eine Waffe hat, wenn man keinen Führerschein hat und die ganze Zeit mit dem Auto rumfährt, wenn man, man darf sich nur nicht erwischen lassen. Da fragt ja auch keiner nach. Die hätten ja auch gerade mal fragen können, ja, wann haben sie es, wann haben sie das letzte Mal geangelt? Und dann hätte ich gesagt vor ein paar Wochen und dann hätten sie meine Lizenzen, die hätten mal die Lizenzen abchecken können oder sowas. Nix, gar nix, alles egal. Aber ja, Grüße an Sunny und hat Freude gemacht, hat Spaß gemacht, war ein schönes Gespräch, aber ich habe auch Antworten gegeben, bei der man schwer Nein sagen kann. Auch wenn sie von der Charaktersicht aus erstunken und erlogen sind.